Hi, hallo Lieben, ich bin's, Bastian, euer Wohnprinz. Ich bin heute in Berlin unterwegs, deswegen gibt es mal einen Handy-Vlog, beziehungsweise gibt es ein kurzes kleines Video, wo ich euch auf zwei Dinge aufmerksam machen möchte. Und zwar mache ich auch dieses Jahr wieder mein Weihnachtspost-Video, also bis zum 20. Dezember. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, schickt eure Post bis zum 20. Dezember an meinen Postdruck. Die Adresse findet ihr unten in der Infobox. Und dann habe ich gekocht mit Maggies Kochstudio. Ich kann ja eigentlich überhaupt nicht kochen. Und deswegen habe ich meine Mama so ein bisschen mit ins Brot geholt. Und ich dachte so, ja, das wird ganz einfach und Tüten kochen. Aber so ist das gar nicht wirklich gewesen. Es waren zwar Maggi-Produkte dabei, aber es war doch ein bisschen aufwendiger, als ich dachte. Und meine Mama und ich sind ein gutes Team und das könnt ihr dann auch sehen. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox. Schaut also unbedingt vorbei. Wir haben viermal in vier verschiedenen Sendungen mitgemacht. Also wenn ihr Lust habt, es war so Hangout-Kochen, total cool. Schaut es euch an. Das wird immer am Maggi-Mittwoch, glaube ich, hochgeladen. Mittwochs. Und zwei Videos sind schon online. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, schaut da definitiv vorbei. Und guckt uns ein bisschen beim Kochen zu. Und ich quatsche auch so ein bisschen, wenn wir erzählen. Und Mama und ich haben was gut gemacht. Mutti, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an dich. Und ja, ich bin jetzt ein paar Tage noch in Berlin. Und ich freue mich drauf. Berlin ist sehr, sehr kalt. Gestern war ich schon auf dem Weihnachtsmarkt. Und habe hier einen Berliner Glühwein getrunken, der doch besser schmeckt als in Lübeck. Vielleicht nur Glück, vielleicht aber auch nicht. Und mal schauen, was der Tag heute so bringt. Ich freue mich drauf und wünsche euch einen guten Wochenstart. Bis zum nächsten Video. Euer Wohnprinz Bastian. Ciao, ciao.